Als überzeugter Rundenstrategiespieler fällt mir immer mehr auf, wie wenig Interesse diese Art von Spielen mittlerweile noch wecken. Nur um es direkt am Anfang klarzustellen, ich rede vor allem von Rundenstrategiespielen des 4X Genres. Es geht also um Spiele, die die vier Kernmerkmale Explore, Expand, Exploit, Exterminate beinhalten. Trotzdem werde ich die Paradox-Spiele mit einbeziehen, da sie meiner Meinung nach eine enge Verwandtschaft aufweisen. Ich will in diesem Video verschiedene Argumente vorbringen, die meiner Meinung nach dazu beitragen, dass dieses Genre seine Hochzeit leider lange hinter sich hat. Ich will dazu unbedingt eure Meinung hören, denn ich sehe mich selber sicherlich nicht als die absolute Instanz, die die Wahrheit und nichts als die Wahrheit raushaut. Ich versuche mit diesem Video einen kleinen Denkanstoß und eine Diskussion anzuregen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne für weitere Gameplay, News, Tutorials und weitere Videos. Zunächst einmal will ich die aufgestellte These etwas belegen. Natürlich findet man hierzu keine wissenschaftlichen Artikel oder Studien, aber wenn man sich als Stichprobe einfach mal die Zahl der Rezensionen auf Steam als Beispiel nimmt, so kann man erkennen, dass andere Genres massiv überlegen sind. Ich habe dafür mal einige Spiele ausgesucht, die als Repräsentation dienen sollen. Als Vergleich habe ich einige Spiele von anderen Genres angeführt. Natürlich ist das vor allem dann einigermaßen ausseilkräftig bei Spielen, die erstens ähnlich gut bewertet sind, wobei hier trotzdem das neue COD noch immer gegenüber Civilization VI gewinnt und zweitens im jeweiligen Genre als, sagen wir mal, Platzhirsch zu nennen sein können. Die Rollenspiele zum Beispiel haben sehr viel Glück gehabt, dass auch ihre Stagnation durch Baldur's Gate 3 gebrochen worden ist. Dann kann man noch Trends abwägen, die auch schnell wieder abflauen. Aber sind wir mal ehrlich, wann war in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt jemals ein 4X-Spiel im Mainstream-Trend? Selbst Civilization VI kann gegen kürzliche Trends kaum mithalten oder verliert gnadenlos, wie man im Vergleich zu Lethal Company sieht. Und das mit einer Laufzeit, die natürlich wesentlich höher ist. Übrigens musste ich GTA 5 einfach rauslassen, denn mit 1,6 Millionen Rezensionen war der Vergleich dann nicht mehr wirklich gut visualisiert. Ich hoffe, dass ich damit meinen Punkt einigermaßen klar machen kann, wenn es auch nur sehr oberflächlich geschieht. Wie gesagt, gibt es dazu sehr wenige Quellen, also erwartet bitte von einem Hobby-YouTuber zumindest keine akribische wissenschaftliche Recherche oder Studien. Ich verlinke euch einfach mal einen englischsprachigen Artikel von Explominate, der aber auch schon 6 Jahre alt ist und dennoch meine aktuellen Bedenken zu einigen Punkten stützt. Damit jetzt aber nicht alle von Statistiken und Gerede von Gültigkeit meiner Ausgangsthese in den Schlaf fallen, gehen wir zum Kern der Sache. Denn sind wir mal ehrlich, viele von euch sind nur hier wegen des reißerischen Titels und das war auch meine Intention. Gut. Erwischt. Aber genug des Schwachsins. Wieso verliert das 4X-Genre, das früher so stark aufgetreten ist, zunehmend seine Attraktivität? Dafür gibt es einige Punkte, die ich anführen möchte. Erstens, die Entwicklung der 4X-Spiele im letzten Jahrzehnt. Zweitens, der Nostalgie-Faktor. Und drittens, die gesellschaftliche Entwicklung der Gaming-Industrie. Viele von euch werden jetzt schon schreiend vor dem Bildschirm sitzen und zu Recht behaupten, es gibt doch immer mehr 4X-Spiele. Mehr denn je. Und wenn ich dabei die Grand Strategy-Spiele einbeziehe, dann sowieso. Und ja, das ist wahr und danke, dass ihr trotzdem noch zuhört, um mich erklären zu lassen. Zu allen anderen würde ich schämt euch sagen, aber die haben uns ja schon verlassen. Sei es drum. Obwohl ihr damit recht habt, sagt mir folgendes. Welche großen, bahnbrechenden Releases, die das 4X-Genre wieder in das Licht des Mainstreams geholt haben, gab es? Europa Universalis 4 fällt im letzten Jahrzehnt schon raus. Genauso wie Crusader Kings 2. Ja, wir sind alt. Es bleiben von Paradox also noch Stellaris, aber auch nur knapp. Crusader Kings 3, Hearts of Iron 4 und wie hieß nochmal das neueste? Moment. Ach ja, Victoria 3 und Imperator Rom lasse ich jetzt schon mal ganz einfach nebenbei liegen. Obwohl es ja in letzter Zeit wohl ein angenehmes Update gegeben haben soll. Und da ich ja hauptsächlich mein Content über Age of Wonders gemacht habe, möchte ich euch erwähnen, Age of Wonders 4 kann sich auch raus. Hat aber natürlich überhaupt keinen Zulauf. Guckt euch nochmal die Grafik an. Dann bleiben noch Civilization 6 und das war es dann im Prinzip schon an allen Releases, die auch nur ansatzweise interessant sein sollen. Und nur Hearts of Iron 4 ist da einem Civilization 6 überhaupt nahe gekommen, wenn es um Aufmerksamkeit geht. Aber beide Spiele sind jetzt auch schon, denk dran, acht Jahre alt. Natürlich können wir jetzt schon über diese Sparte stundenlang diskutieren, aber ich behaupte, dass Paradox nun mal die treibende Kraft hinter diesem Genre war in den letzten zehn Jahren und der Zustand seiner Spiele und die DLC-Politik kennen wahrscheinlich alle, die sich das hier anschauen. Dasselbe Problem hat auch Total War mit Creative Assembly. Firaxis mit Civilization fällt in diesem Punkt größtenteils noch raus, aber keine Sorge, dazu kommen wir auch noch. Diese Firmen haben ein gigantisches Monopol im 4X-Genre und das seit einem oder sogar mehreren Jahrzehnten. Das merkt man gut, da die Qualität oder sagen wir die Progression in der Schnittmännchen der Spiele stagniert. Bei Paradox und Creative Assembly merken wir das an der teilweise dreisten DLC-Politik. Sie wissen, dass sie eine Reputation haben und ihr Geld in den meisten Fällen so oder so bekommen, weil ihr Monopol selten angekratzt wird und das ist schlimm. Versetzt euch einmal in die Lage eines Spielers, der in Erwägung zieht sich, Parts of Iron 4, was ja recht gut bewertet und auch viel bewertet wurde, zu kaufen. Ich stelle mir das einfach mal so vor. Ey geil, yo, ein Spiel über den zweiten Weltkrieg, wo ich alternative Geschichte schreiben kann. Direkt mal auf Stream schauen. Über 200 Euro DLC, wie 8 Euro im Monat, um das zu spielen? Ah ne Leute, das ist mir dann doch irgendwie zu krass. Da bin ich raus. Natürlich ist das absolut pauschalisiert und Paradox hat ja irgendwelche Maßnahmen ergriffen, damit man, ich sage mal, alternative Wege gehen kann. Aber kommt schon. Wer kauft sich sowas noch als Genre-Neuling oder einfach als neuer Otto-Normalspieler? Und Heart of Iron ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und immer mehr Veteranen verlieren die Lust daran, wieder 20 Euro für ein Mini-DLC auszugeben, um dann noch erklärt zu bekommen, dass Diskussion ein Privileg ist. Ich meine, what the fuck? Ihr habt ein Konsumgut und erzählt euren Konsumenten, auf deren Rücken ihr reich geworden seid in den letzten Jahrzehnten, dass sie auf Deutsch gesagt die Fresse zu halten haben. Dieses Statement betrifft natürlich nur Creative Assembly. Paradox ist dann eher die DLC-Printmaschine in diesem Zusammenhang. Und darin steckt eben auch der zweite Teil bei der Entwicklung der 4X-Spiele. Denn ja, es gibt viele neue Spiele, habt ihr vollkommen recht. Aber wie viele von diesen Spielen bieten wirklich neue, moderne und gewagte Mechanismen, die uns zum Staunen bringen? Die Stagnation in neuen und ausgereiften Ideen betrifft eben Paradox, Creative Assembly und in gewissen Teilen auch Firaxis. Aber auch kleinere Studios stagnieren. Nehmen wir uns mal Endless Legend, das doch schon in die richtige Richtung ging, aber dann mit und mit DLCs brachte, die das Spiel nur wenig ausbauten. Als letztes erschien dann von denen Humankind und hätte einen Wendepunkt darstellen können, das starre System von Civilization angreifen und irgendwas erreichen können. Aber nein, es ist in der Mittelmäßigkeit versunken und hatte neben großen Ankündigungen nicht viel Neues und vor allem Immersives zu bieten, in meinen Augen. Solche Storys kann man für viele 4X-Spiele anwenden. Und weil ich diesen Trend trotz eines gelungenen Basisspiels auch bei Age of Wonders 4 sehe, sitze ich hier und mache dieses Video. Natürlich muss man einen Lanze für richtig kleine Studios brechen. Viele kleinere Studios haben natürlich einfach nicht die Möglichkeit, die Formel neu zu erfinden und versuchen in ihrem Maße dennoch Neues. Aber dann kommt halt der zweite Punkt, den ich anführen will. Ich glaube auch hier spreche ich die meisten an, die dieses Video schauen. Denn wer kennt und liebt ihn nicht, den Nostalgiefaktor. Wir als alte Säcke oder junge Leute, die von ihren Eltern die großen und alten Giganten von früher gezockt haben, müssen uns eingestehen. Wir lieben die Klassiker. Ob die alten Heroes of Might & Magic Titel, Total War Shogun 2, Age of Wonders 2, Civilization 4 oder 5 oder andere. Ja, wir lieben sie und das ist auch richtig so. Aber das Problem dabei ist, dass wir alle neuen Spiele auch immer damit vergleichen. Und noch schlimmer, neuen Spielen gar nicht die Chance geben, unser Interesse zu wecken. Nur ein Beispiel, wo ich jetzt aber keine große Statistik basteln werde, denn das könnt ihr leicht mit Suchen bestätigen. Auf YouTube sind die Aufrufe der nostalgischen Klassiker bis heute noch deutlich höher als von teilweise innovativeren, neuen 4X-Spielen. Und da ziehe ich mich selber nicht raus. Als Beispiel nenne ich einfach mal Heroes of Might & Magic 3 und Songs of Conquest. Das ist natürlich auch so bei den Spielen der großen Monopolisten, wie ich sie mal nennen will, aus Punkt 1. Natürlich ist es pauschal zu sagen, dass das nur an der Nostalgie liegt. Bei Heroes of Might & Magic liegt es daran, dass Ubisoft das Franchise so ziemlich ruiniert hat und diejenigen, die sich noch mit der Reihe intensiv beschäftigen, bei Heroes of Might & Magic 3 bis 5, sage ich jetzt einfach mal, hängen geblieben sind. Außerdem sind natürlich nicht alle neuen Spiele so toll, dass sie immer ein großes Interesse verdienen. Aber das Problem daran ist in meinen Augen folgendes. Neben den großen Monopolisten wagen sich eigentlich nur kleine Studios an 4X-Spielen und brauchen natürlich irgendwo Rückhalt, Einnahmen und Aufmerksamkeit, um in Zukunft noch konkurrenzfähigere Spiele im Genre zu produzieren. Und das passiert leider durch all die Punkte in diesem Video immer weniger. Dazu kommt, dass die 4X-Community selbstverständlich alle Spiele mit dem passenden Vergleichstitel der großen Monopolisten aus der, ich sag mal, besseren Zeit vergleichen. Dann trauen sich meiner Meinung nach einige kleinere Studios nicht von der Formel dieser Klassiker drastisch, modern oder risikobereit abzuweichen. Man hat ja eh schon ein kleines Publikum und weiß, dass es oft mit der Erwartung eines anderen oder besseren, Civilization oder Heroes of Might & Magic usw. ausgestattet ist. Sowas kann die Angst vor dem, das hat aber Civilization besser gemacht oder das gefällt mir bei Age of Wonders 2 besser schüren. Aber Omni werden sich einige fragen, wieso sollten sie denn abweichen? Die Spiele waren doch super. Ja, das sehe ich auch so, da sind wir uns einig. Das Problem ist aber, dass für moderne, progressive 4X-Spiele, die die Community beleben und neue Spieler für das Genre begeistern, die großen Monopolisten zum Schwitzen gebracht werden müssen. Sonst machen die auch genug Geld beim 20. DLC, ob aus Nostalgie oder mangelnder Konkurrenz und geben sich selbstverständlich immer weniger Mühe oder bringen solche weirden Takes wie die von Creative Assembly. Die Entschuldigung von denen kam halt auch nicht, weil sie auf einmal moralische Fehler eingestehen, sondern weil sie um ihre Einnahmen fürchten. Also muss ihr Thron zum Wanken gebracht werden. Das ist doch ein Weiß dafür. Aber dafür müssen wir auch selber neuen Prinzipien aufgeschlossen sein und das auch kommunizieren, um neuen Spielen mit wirklich neuen Ideen eine Chance zu geben. Ich bringe als Beispiel einfach mal anekdotisch meine Erfahrungen mit Spellforce Conquest of Io, was ja eigentlich ein super Spiel ist, was wirklich auch von der Grafik her okay ist, was gepolished ist und so weiter. Und trotzdem saß ich da als alter Mensch und dachte mir, ey, da stört mich irgendwas. Es war alles halt nicht wie Civilization oder jetzt in dem Fall Age of Wonders oder sonst irgendetwas war. Ich war also irgendwo daran gestört, dass es neue Mechaniken bereit hielt und hatte zuerst mal einen großen Abstoßungsfaktor. Ich brauchte erst mal x Stunden, um da überhaupt in das Spiel reinzukommen. Natürlich gibt es da auch frustrierende Momente. Das will ich auch gar nicht absagen. Das ist bei jedem Spiel wohl so. Aber es ist doch ein super neues Setup, eine neue Idee, neue Ideen, die da verwirklicht wurden. Und so ein Spiel braucht Zulauf, damit es sich weiterentwickeln kann. Weil solche Firmen würden halt das 4X-Genre voranbringen. Denn es ist in meinen Augen einfach auch schon sauschwer, 2024 mit 4X-Spielen wirklich die Formel zu brechen und nicht sag mal viral zu gehen. Naja, das ist eigentlich sogar unmöglich, sind wir ehrlich. Und damit kommen wir nämlich zu Punkt 3. Das ist natürlich ein ziemlich gigantischer Punkt, den ich hier anführen will. Da ich aber kein Geld für die ganze Geschichte bekomme, mein Lebenszeit ja trotz allem doch begrenzt ist, werde ich hier natürlich nur eine überaus grobe und pauschalisierte Einschätzung der Lage geben, die für das Genre der 4X-Spiele relevant ist. Bitte zerreißt mich nicht direkt dafür. Wenn man sich die Trends der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts anguckt, dann merkt man schnell, dass 4X-Spiele nie dazu gehörten oder gehören. Und ich meine jetzt nicht in einzelnen Communities oder Bubblen, sondern wirklich im Mainstream, also da, wo die Kohle für Entwickler und Publisher zu finden ist. Das liegt natürlich an der Entwicklung der Gaming-Landschaft allgemein. Vor 20 bis 30 Jahren kamen die Strategiespiele auf, behaupte ich jetzt einfach mal. Und zur einfacheren Einordnung meine ich damit auch Echtzeitstrategiespiele als Genre, die eine ähnliche Problematik durchlaufen. Es waren neue und frische Ideen, die, wie bereits erwähnt, jetzt nur noch für Stagnation stehen, wie ich finde. Im Laufe der Zeit kam natürlich immer mehr Konkurrenz auf und das war ein Problem für diese Spiele. Rollenspiele wurden mehr und epischer. Und irgendwann kam das Survival-Genre angefangen unter anderem mit Minecraft auf. Nebenbei gab es natürlich immer beeindruckendere Shooter und so weiter. Die Konkurrenz wurde also dichter und erschwerter den Zulauf für Strategiespiele, die vor allen Dingen ein Ziel hatten herauszufordern und dadurch eben dem Alltag zu entfliehen. Aber das war ja nur ein Problem. Während die genannten Genres durch neue Grafik, einfachen Spielprinzipien, offenen Welten oder sonst irgendetwas eine Entwicklung durchliefen, taten es die Strategiespiele nicht so wirklich. Was ich ja hoffentlich in den ersten zwei Punkten verdeutlicht habe. Als Beispiel einfach mal genommen die Grafik. Wie wollte man bei Civilization und Co. in den gigantischen Mechanismen, Statistiken, Ressourcen und Einheitenmassen, die teilweise Zeitalter im Spiel abbilden sollten, auch wirklich die Grafik so krass verbessern, wie es die Konkurrenz tat, ohne die Übersichtlichkeit bei all den zu verarbeitenden Informationen zu verlieren. Damit ging im Lauf der 2000er, 2010er Jahre die Konkurrenzfähigkeit meiner Meinung nach immer mehr verloren. Das ist ja ein ähnliches Prinzip bei Echtzeitstrategiespielen. Je schöner die Grafik, je aufwendiger die Animationen, desto schwerer wird es eine Übersichtlichkeit zu bewahren. Meiner Meinung nach hätte es da einfach einer Wandlung bedarf und die hätte sitzen müssen. Stattdessen war es halt business as usual, abgesehen von angenehmen Ausreißern hier und da. Und dazu gehörte auch Paradox mit seinen Grand-Strategy-Spielen, die neues Leben brachten. Das wäre ja an sich schon schlimm genug, aber das schlimmere Problem ist, dass durch die Entwicklung in der Smartphone-Technologie und dem zunehmenden Aufstieg von Social Media Spiele aufkamen, die immer versimpelter und monotoner wurden, aber ihren Zweck als Fluchtinstrument durchaus erfüllten. Außerdem warfen diese Spiele oft viel mehr Profit ab für die Firmen, weshalb wenige überhaupt noch auf die Idee kamen, Vor-Ex-Spiele zu produzieren, weil es einfach nicht lukrativ war. Durch diese Art der Freizeitgestaltung nahm und nimmt natürlich auch die Konzentrationsfähigkeit und damit die Bereitschaft oder Fähigkeit, sich mit komplexen Mechaniken innerhalb eines Spiels, das ja als Freizeit und Ausgleich dienen soll, auseinanderzusetzen. Immer weniger war und ist die Mentalität vorhanden, sich durch Herausforderungen aus der realen Welt zurückzuziehen, denn das wurde und wirkt zunehmend als anstrengend und ungewollt angesehen. Und damit verlieren Vor-Ex-Spiele immer mehr ihren Reiz, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich habe hier trotz der Allgemeinheit und der Ermangelung von Quellen irgendwo meinen Punkt klar machen können und ihr könnt das nachvollziehen, was ich damit sagen will. Wieso also der Titel, indem ich reißerisch den Monopolfirmen, die uns all diese tollen Spiele gebracht haben, die Schuld für Teile der Problematik vorwerfe? Also, neben der erhofften Klickrate, Zwinker, Zwinker. Wenn ihr mein Gebrabbel mit Verfolgung verstanden habt, dann solltet ihr es euch erklären können. Die etablierten Monopolfirmen, sowohl alt als auch neu, haben es im letzten Jahrzehnt versäumt, das 4X-Genre mit all den erwirtschafteten Ressourcen und all der Erfahrung durch Community-Feedback, technologischen Fortschritten und Spieldesign zu revolutionieren, zu wandeln und aus einer deutlichen Stagnation zu befreien. Während kleine Firmen in dieser Nische kaum eine Chance dazu hatten. Die letzte Hoffnung vor 10 Jahren war Paradox, die allerdings seit längerem genauso in der Stagnation gefangen worden sind. Aber hey, sonst hätte ich hier die letzten Jahrzehnte gesagt, also hat diese Firma immerhin den Plural verhindert. Das passt doch. Und wieso haben sie das getan, werdet ihr fragen? Meiner Meinung nach, und das ist hoffentlich auch deutlich geworden, durch Gemütlichkeit, Ignoranz, Gier und der fehlenden Fähigkeit, sich schnell wandelndem gesellschaftlichen Fortschritt in Sachen Gaming anzupassen. Und all diese Dinge kamen auf, weil sie sich auf ihren alten Ruhm ausgeruht haben und sich bis vor einigen Jahren auch darauf ausruhen konnten. Dabei haben die Entscheider aber in meinen Augen Scheuklappen getragen und sowohl Feedback als auch den Untergang von alten Franchises wie Heroes of Might and Magic schlichtweg ignoriert. Oder gemeiner gesagt, sie haben diese Entwicklungen willentlich ignoriert, solange die Kasse klingelte. Und damit lasse ich euch stehen und will eure Meinung hören. Seid ihr komplett anderer Meinung? Was könnt ihr ergänzen? Wie steht ihr zur Lage der 4X-Spiele? Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe auf eine schöne Diskussion. Vielen Dank fürs Zuschauen.